Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika und Tobias. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Annika. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobias. Geht's dir gut? Ja, ein wenig K.O., aber an diesem so besonderen Tag, den wir heute haben, geht's mir ganz gut. Was macht denn für dich den Tag besonders? Er findet nur alle vier Jahre statt. Ah, stimmt. Damit haben Sie mich heute an der Arbeit die ganze Zeit schon genervt und ich hab's trotzdem geschafft, es wieder zu vergessen. Heute am 29. Februar nehmen wir die zweite Folge für den Februar auf. Ich glaube nicht, dass ich sie am 29. Februar veröffentliche, aber passt schon. Ja, ich möchte auf jeden Fall alle Geburtstagskinder ganz herzlich grüßen, die heute ihren richtigen Geburtstag haben und sonst immer alle Jahre sonst immer nur so einen halbscheirigen Geburtstag feiern müssen. Dann würde ich sagen, lass uns mal direkt in den ersten neuen Brief reinflitzen. Jo. Übrigens, falls ihr euch wundert an der Tonqualität, wir haben uns ein wenig umgesetzt. Wir wissen noch nicht, wie es sich nachher auswirkt. Meinst du, das hört man? Ja, das wird man mit Sicherheit hören. Okay. Wir reden heute über den Brief 8a, den Tolkien am 21. Januar 1934 aus der Northmore Road 20 Oxford an seinen Sohn John Tolkien schrieb. Wir haben nachgeguckt, es war ein Sonntag, den Tag wollen wir nämlich definitiv jetzt mitnehmen, einfach mal um zu schauen, wie es aussieht, wann Tolkien also seine meisten Briefe geschrieben hat. Der Brief ist vollständig erhalten, hat eine kurze Einleitung und ich würde sagen, zur kurzen Einordnung des Briefes übergebe ich an dich. Genau, der Brief ist ganz neu hinzugekommen, den gab es also in der alten Ausgabe noch nicht. Tolkien ist zu diesem Zeitpunkt 42 Jahre alt und der Brief ist fast neun Jahre später vom letzten Brief ausgerechnet geschrieben worden. Und deswegen, weil da ja so viel passiert in der Zwischenzeit, haben wir vor euch eine Interimsfolge aufgenommen. Und eigentlich wären es sogar zwölf Jahre Abstand nach der alten Ausgabe. Ja, in der Zeit ist natürlich sehr viel passiert. Unter anderem hat Tolkien C.S. Lewis kennengelernt, seine Tochter Priscilla ist geboren. In der Weltgeschichte hat sich einiges getan, was ihr in der Interimsfolge dann ausführlicher hört oder gehört habt, vielleicht auch schon. John, der Adressat, ist zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt und in der Oratory School in Berkshire, einem katholischen Internat. Das war es eigentlich mit der kurzen, knackigen Einordnung, oder? Die Zusammenfassung, die dieses Mal nicht vom Thomas stammt, sondern von der lieben Annika, dadurch, dass die neuen Briefe noch nicht im System vorhanden sind, und liest sich wie folgt. Tolkien schreibt an seinen Sohn John, der 16 Jahre alt ist und die Oratory School in Berkshire besucht, um seine Pläne für das kommende Semester zu besprechen. Er spricht John sein Beileid aus, weil er es nicht geschafft hat, eine Note in Latein zu bekommen, und warnt ihn, dass er kurz vor den ernsten Jahren des Lebens steht. Er schlägt außerdem vor, Johns Zeichenunterricht zu streichen, da er zu teuer sei, und John offensichtlich kein Interesse daran habe. Tolkien hofft, dass John den letzten Rest seiner Erkältung losgeworden ist und erinnert ihn daran, Mamis Briefe nicht zu vernachlässigen. So, und damit tauchen wir mal direkt in den Brief ein und schauen einfach mal, weil dieser Brief ist ein sehr persönlicher Brief, es ist, wie gesagt, es ist ein Brief an seinen Sohn John. Und was mich so gerade ein bisschen stutzig gemacht hat, du hast gesagt, keine Note in Latein zu bekommen. Ja, ich, ja, so ganz sicher bin ich mir da ehrlich gesagt nicht. Ich habe es jetzt mal so interpretiert, dass er da halt irgendwie keinen, keine Note bekommt. Also, vielleicht müssen wir mal, wir steigen ja eh jetzt direkt in den Brief ein und damit. Und das müssen wir dann wahrscheinlich auch einmal kurz zitieren, beziehungsweise darauf eingehen, weil sonst versteht man es hinten und vorne nicht. Und zwar schreibt Tolkien an seinen Sohn, Zitat, My dearest, I'm disappointed about your Latin credit, but cheer up, I expect you did your best. Zitat Ende. Magst du es dann auch gleich eben kurz ins Deutsche simultan übersetzen? Ich versuche es mal. Also, mein Liebster oder mein Lieber, ich bin enttäuscht über dein Latein. Jetzt kommt nämlich der Knackpunkt. Über dein Latein-Credit. Ich lasse es jetzt mal im Englischen. Aber, ja, cheer up, wie würde man sagen, aber… Kopf hoch. Kopf hoch, genau, das ist gut. Ich vermute oder ich erwarte, du hast dein Bestes gegeben. So, ich gehe davon aus, du hast dein Bestes gegeben. So würde ich es vielleicht jetzt mal so grob übersetzen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit Credit gemeint? Wir haben beide nicht das englische Schulsystem genossen. Und jetzt, bevor wir da einsteigen, was es sein könnte, würde ich gleich noch das nächste Zitat anschließen. Zwei, nee, drei Sätze weiter. Zitat, will you try for two credits in the summer? Zitat Ende. Also, willst du es versuchen, willst du es auf zwei Credits im Sommer versuchen? Irgendwie so lose übersetzt. Und das zwei oder two ist halt kursiv gesetzt. Sprich, das wird auch in Tolkiens Originalbrief in irgendeiner Form hervorgehoben gewesen sein. Hat wahrscheinlich mit Edding geschrieben. Two. Insofern klingt das jetzt nicht unbedingt nach einer guten, schlechten, mittelmäßigen Note für mich. Weil sonst würde ich ja nicht zwei davon. Also, diese Einheit, eins oder zwei. Und deswegen hätte ich halt gesagt, er hat halt gar keine Note oder gar keinen Credit bekommen. Und soll halt im nächsten Semester zwei machen. Vielleicht halt, um das wieder aufzufangen. Oder er sollte dieses Semester schon zwei machen und hat nur einen gemacht. About your Latin Credit. Also, es könnte ja auch die, könnte ja auch einer sein. Also, du hast dieses Jahr nur einen Credit Point bekommen. Willst dann nächstes Jahr vielleicht mal versuchen, zwei Punkte zu kriegen. Also, falls ihr da draußen irgendjemand eine Ahnung hat vom englischen Schulsystem, schreibt uns doch ein kurzes Feedback. Wir würden das dann wieder in einer Feedback-Folge aufklären, beziehungsweise gegebenenfalls auch einfach, an dieser Podcast-Episode dranhängen. Ich hätte jetzt aus dem Bauch rausgesagt, dass das ähnlich ist wie im Universitätssystem, dass ich halt einfach Credit Points sammle. Und ich brauche halt eine gewisse Anzahl an Credits, um weiterzukommen, um so zum Beispiel Fächer, in denen ich sehr gut bin, Fächer, in denen ich etwas schwächer bin, auszugleichen. Und so hätte ich das jetzt interpretiert. Aber wir brauchen halt jemanden, der sich mit dem Schulsystem von 1934 auskennt. Ja, weil wenn du Credit halt an sich übersetzt, dann kommt natürlich Kredit raus als erstes, oder halt Darlehen oder sowas. Dein Latein Darlehen. Genau. Ähm, aber du kannst es halt eben auch mit Ehre übersetzen, ne, der… Dein Latein, die Ehre wurde verletzt. Ja, nee, so der Arzt macht seinen Berufsstand, alle Ehre. The doctor is a real credit to his profession. Ähm, dann so auf Pump leben, ne, living on credit. Das ist aber alles, Finanzen bringt alles nichts. Genau, das bringt irgendwie nichts. Aber Credit kann halt auch Vertrauen, Glaubwürdigkeit, ähm, sowas halt ansehen, bedeuten. Das muss jetzt nicht unbedingt im finanziellen Rahmen sein, sondern kann halt auch sein, so diese Auszeichnung. Du hast dafür halt ein Sternchen bekommen, dass du Latein verlegt hast. Also ich weiß ich jetzt nicht. Ich wollte nur sagen, es kann halt mehr heißen als Credit Points in der Uni. Es kann mehr heißen als der Kredit, den du irgendwie bei der Bank aufnimmst. Ja, aber ich glaube, also einfach so vom, also wie so in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist, so nah, wenn in der Uni, einem Unisystem von Credit Points oder einem Credit System die Sprache ist. Das ist ja im Prinzip wie ein, ähm, also einmal kannst du halt in Punkte, ne, diese Credit Points, die wir ja dann mit unten, da warst du ja, glaube ich, auch schon in dem tollen Bologna-System. Darum meine ich ja. Genau, und vorher war es ja im Prinzip wie ein Schein. Also du hast halt eine Bescheinigung bekommen, ja, du hast das belegt, du hast das abgeschlossen. Richtig, aber ich wollte nur sagen, wenn man vom Bildungssystem schon kommt, in dem es etwas gibt, das sich Credit nennt. Ja. Credit Points. Ja. Darum gehe ich davon aus, dass das eben auch an dieser, was war das, katholischen Schule, an einem Internat der Fall ist, dass man einfach Credit Points sammelt. Ja. Aber wie gesagt, schreibt uns gerne, der Brief hat ja noch ein bisschen mehr als diese drei Zeilen, falls jemand von euch weiß, was genau mit diesem Credit System gemeint ist und vielleicht auch noch ein bisschen Hintergrundinformationen dazu hat. Das wäre natürlich cool. Dann nehmen wir das gerne mit auf. Gut, also das war schon mal so das erste Rätselchen. Dann kommt etwas, was ich sehr interessant fand, was du aber nicht angemarkert hattest. Mhm. Und zwar, Zitat, I noticed your German books went back again after rather a quiet holiday in your trunk. Zitat Ende. Ich versuche mich mal an einer Übersetzung. Mir ist aufgefallen, dass deine Deutschbücher nach einem recht ruhigen Urlaub oder Ferienaufenthalt in deinem Koffer wieder zurückgegangen sind. So nach dem Motto, da hast du dir den noch nicht mal angeguckt. Ich habe das gemerkt. Ja. Also es ist ja eh, darauf sind wir jetzt gerade mit den Credits abgelenkt, noch gar nicht eingegangen. Ich finde es ja eh ein bisschen krass, dass dieser Brief halt direkt einsteigt mit I am disappointed. So, er ist erst mal enttäuscht. Ich bin menschlich enttäuscht von dir, Sohn. So, hallo mein Lieber. Und dann, ich bin enttäuscht. Ja, aber es zeigt, glaube ich, auch einfach, dass das Verhältnis Vater-Sohn oder Eltern zu Kindern einfach in den 1930ern noch ein ganz anderes war. Also ich glaube, meine Eltern waren schon auch ab und zu mal enttäuscht von mir. Ja, aber ich schreibe mir keine Briefe. Ja, ich glaube, das ist halt auch so eine Besonderheit, dass er da halt jetzt eben auf diesem Internat ist und dann sich halt Briefe geschrieben werden, dass er vielleicht auch nochmal auch erziehungstechnisch was anderes ist oder eine andere Herausforderung, als wenn ich den Menschen halt gerade in dem Moment in die Augen schauen und ihm was sagen kann und dann ja auch deutlich machen kann, wie es gemeint ist. Das kann man jetzt hier nicht. Aber er schreibt ja dann auch gleich weiter, Kopf hoch, ich bin mir sicher, du hast sein Bestes getan. Also das ist ja auch wieder sehr versöhnlich irgendwie in Art und Weise. Genau, und dann mit diesen Deutschbüchern, die da Urlaub in einem Koffer machen. Das ist schon sehr Tolkien-esk irgendwo, ne? Das ist schon so ein... So ein schönes Augenzwinkern. So Fingerzeig, aber ohne Fingerzeig. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ich finde, das könnte auch in irgendeinem der kleineren Werke irgendwie auftauchen von ihm, sowas in der Richtung. Also das ist so, ja, so humorvoll irgendwo auch. Dann sagt er ja noch vorher, da bist du jetzt so drüber hinweggegangen, dass er ja jetzt so am, ja, auf dem Wegscheid zu den ernsten Jahren seines Lebens steht. Und das hat, das ist mir so richtig sauer aufgestoßen beim ersten Lesen, weil ich mir dachte, mein Gott, wie oft musste ich mir das hören, dass jetzt der Ernst des Lebens beginnt. In der Schule, in der weiterführenden Schule, als das Abitur anfing, als man mit dem Studium anfing, als man dann endlich seinen ersten Job hat, wenn man dann mit dem Partner zusammen ist. Wer hat das denn zu dir gesagt? Ja, also da dachte ich mir so, ach Gott, der arme John, aber wer weiß, vielleicht musste der das nicht so oft hören. Aber es ist halt so dieser Ernst des Lebens, der halt immer irgendwie mit Bildung auch verknüpft ist in irgendeiner Form. Ja, also ganz, ganz ehrlich, ich habe Entscheidungen in meiner Kindheit und in meiner Jugend getroffen, die würde ich definitiv mit heutigem Stand nicht mehr treffen. Und es sind schon entscheidende Jahre. Also wenn ich seinerzeit anders abgebogen wäre, was Fächerauswahl betrifft, dann weiß ich nicht, inwieweit mir das andere Türen geöffnet hat, die mir so verschlossen geblieben sind. Ich weiß aber auch nicht, welche mir dadurch geöffnet wurden, dadurch, dass ich mich so entschieden haben, dann geschlossen sind. Aber so aus der Retrospektive muss ich schon sagen, Französisch war nicht meine beste Wahl. Ich war sehr froh, als ich Physik endlich abwählen konnte, dadurch, dass ich Mathe nicht abwählen durfte. Also es ging halt einfach nicht in dem Schulsystem. Naja, wurscht. Aber es stimmt schon, also gerade mit 16, das sind ja so prägende und entscheidende Jahre irgendwie im Leben. Also dieses Alter an sich und auch die Sicht auf die Welt. Also, ach, ich weiß auch nicht. Manchmal denke ich mir, könnte ich mal den Fänger im Roggen oder solche Bücher noch als Teenager noch mal lesen. Das wäre ein ganz anderes Erleben. Ah, den Hobbit noch mal. Ja. Den Herrn der Ringe. Wobei ich tatsächlich. Simmerion hatte ich ja gerade. Ja, wobei ich Hobbit und Herr der Ringe tatsächlich im Teenager-Alter gelesen und erlebt habe. Nein, nein, ich meine es einfach jetzt noch mal. Noch mal, ja, oh, ja, oh, ich weiß auch gar nicht, wenn ich Wünsche frei hätte, welches Buch ich mir da als erstes wünschen würde, dass ich es noch mal zum allerersten Mal lesen könnte. Diesen Brief zum Beispiel. Ja. Gut. Sagen wir mal weitermachen. Ich habe da ja auch ein Zitat im Vorfeld rausgesucht und vorbereitet und vorübersetzt, damit ich das hier nicht so on the fly machen muss. Ja. Und zwar schließt das direkt an den Koffer an. Schließt eigentlich, sehe ich gerade fast alles an allem an. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht gleich alles zitiert haben. Okay, aber ich habe da ja markiert, bis wohin. Ja. Gut. Soll ich Englisch? Ja, bitte. Okay. Also, Tolkien schreibt, Zitat. Would you see Mr. Hope about drawing? I forgot to write in good time, but it does not seem to me that you are getting 990 pounds worth of good out of the school classes. Enough to clothe you for a year. I should in fact wish to cancel the extra for you altogether. Zitat Ende. Und wir haben es dann in etwa grob so übersetzt. Würdest du Mr. Hope bezüglich Zeichnen aufsuchen? Ich habe vergessen, rechtzeitig zu schreiben. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass du aus den 9-0 Pfund das herausholst, was möglich wäre. Genug, um dich ein Jahr lang einzukleiden. Ich würde die Extrakosten für dich am liebsten ganz streichen. Und da muss man jetzt vielleicht ein bisschen erklären, weil wir haben es mit der Übersetzung sehr schwer getan. Ja. Weil es sich nicht so ohne weiteres 1 zu 1 übersetzen lässt. Und wir gehen davon aus, dass es einfach darum geht, dass das, was dieser Extrakurs, dann nenne ich jetzt mal Tolkien, kostet. Also ich sehe jetzt mal den Zeichenkurs, den John aufsucht. Ja. Der kostet halt einfach 9,90 Euro. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber wenn er das nicht in Anspruch nimmt, ist das natürlich rausgeschmissenes Geld. Mhm. So, und darum haben wir versucht, das im Prinzip so zu übersetzen. Und wer sich jetzt wundert, warum man sich für 9,90, weiß ich eigentlich, wofür das steht? Du hast es ja jetzt schon gespoilert. Nein. Du hast gerade 9,90 gesagt. Aber es ist ja nicht 9,90. Ja, aber es wurde ja, also du hast ja jetzt gerade schon das 9-9-0 aufgelöst in 9,90. 9,90. Nein, das stimmt ja nicht. Okay. Ich habe das falsch gerade ausgesprochen. Ach so, du hast mich ins Boxhorn gejagt sozusagen. Ja, weil ich wusste halt einfach nicht, das ist, wenn man hier so zahnt. Also steht drin 9-9-0. Das sind ja im Prinzip drei Blöcke. Und was wäre das? 9,90. Und was wäre dann der dritte? Also geht ja nicht. Ja. Das ist ein altes System. Und zwar wurde erst 1971 in England das Dezimalsystem bei der Währung eingeführt. 1971 erst? Ja, und davor waren diese drei Werte, die wir gesehen haben, Pfund, Schilling und Pans. Ach, Pans, okay. Das heißt, für ein Pfund brauchte man 20 Schilling und ein Schilling entsprachen 12 Pans. Oh Gott, ist das kompliziert. Ja, das heißt, wir reden hier von neun Pfund, neun Schilling, null Pans. Mhm, okay. Okay, aber es entspricht eben nicht 9,90, also 9,90, okay. Das sind also neun Pfund und neun Schilling. Und das hätte heute einen Gegenwert von etwa 600 Pfund. Boah, ja okay, davon kann man sich schon mal Klamotten holen, ne? Ja. Selbst die teure Schuluniform. Also, wie gesagt, so lesen und vorlesen und dann gleichzeitig im Kopf umrechnen. Also es waren nicht neun Pfund, neun Schilling, null Pans, die diese Jahresgebühr gekostet hat. Für 600 Euro oder 600 Pfund, Euro ist das ja ja noch mehr, für etwas, das man nicht in Anspruch nimmt. Und ja, kann man sich schon mal sparen, vor allem, wenn man noch drei weitere Kinder hat, ne? Ja. Die ja vielleicht auch was zum Anziehen brauchen. Wer ist denn dieser Mr. Hope? Hast du das rausgefunden? Nein, habe ich leider nicht. Aber das machen wir dann bei den erwähnten Personen. Gut. Ganz kurz, ich gehe aber davon aus, dass es halt entweder irgendwie der Zeichenlehrer sein wird oder Kursleiter, wie auch immer. Oder, was ich mir auch noch vorstellen könnte, irgendwie so ein Verwaltungsmitarbeiter oder so der Schule, der das halt managen könnte, wenn man aus einem Kurs austreten möchte. Ja. Oder hier so Prüfungsamt oder, ne? Was weiß ich, wie das organisiert war oder ist. Aber, naja, auf jeden Fall möchte Tolkien, dass sein Sohnemann, wenn er etwas nicht in Anspruch nimmt, dann halt wenigstens das auch so sagt, damit man es sich halt sparen kann. So kann man es zusammenfassen, oder? Ja, und da, finde ich, kann man eine schöne Parallele zur Interimsfolge ziehen. Ja. Da hatte ich ja noch gesagt, das wird wichtig, was der Weihnachtsmann John Tolkien nämlich mal geschickt hat. Stimmt. Das waren nämlich Zeichenutensilien. Genau. Man kann schon davon ausgehen, dass John durchaus einen Hang zum Zeichnen hatte in seiner Kindheit, weil Christopher und Hillary Michael, die haben ja einen Bauernhof und Co. bekommen zum Rumspielen mit der Eisenbahn. Ja. Aber John hat eben Zeichenmaterialien, ganz der Vater. Ja. Ja, und das scheint ja auch über so ein, ich sag mal, Kinderzeichnungen oder Kinderzeichnen drüber hinausgegangen zu sein, wenn er eben spezielle Zeichenutensilien bekommen hat. Also ob die jetzt so speziell sind, wissen wir natürlich nicht, aber dass er da halt überhaupt etwas dafür bekommt. Und dann ja auch in einem Alter, wo er eigentlich schon nicht mehr so wirklich Kind ist und halt jetzt eben ja auch in der Schule als 16-Jähriger, also in der Mittelstufe, dann ja auch Zeichenunterricht hat oder belegt hat. Ja, auf jeden Fall geht der Brief auch noch ganz interessant weiter. Wir haben ja jetzt so mitten im Absatz dann das Zitat beendet an der Stelle, aber Tolkien schreibt dann halt auch so, ja, würde ich halt gerne machen, ne, das Einsparen. Es sei denn, du hättest wirklich ganz viel dagegen. Also so, ne, und dann schreibt er halt noch, also ich fasse das jetzt einfach mal so ein bisschen zusammen, dass er eben halt auch merkt, also dass Tolkien halt jetzt nicht den Eindruck hat, dass John da halt jetzt noch so viel im Zeichnen macht oder unternimmt, was jetzt über das reine Hobby hinausgeht. Ich glaube, er macht es ja noch nicht mal so Hobby-mäßig. Oder habe ich den Brief falsch verstanden? Also ich hatte, dass er es noch nicht mal mehr einfach aus Spaß an der Freud macht. Nowadays is a private pleasure. Ja, und ja, ich glaube schon, dass man das, also ich habe es jetzt anders gelesen tatsächlich, aber du hast recht. Müssen wir eigentlich auch wieder zitieren, ne, weil wir reden gerade über Dinge, die wir dann nicht, äh. Ja, du kannst ja den Satz kurz zitieren, macht ja überhaupt nichts. Ja, ja, ja. Ja, ich will nur aufpassen, dass wir nicht irgendwann den ganzen Brief zitiert haben. Ich glaube, unsere Hörenden verraten uns nicht. Wer weiß, wer uns alles zuhört. Also Zitat. But I don't notice you doing much in the way of drawing or painting nowadays as a private pleasure. And lessons or classes are quite useless, except as a guide to real personal taste, expressing itself in practice. Zitat Ende. Ja, jetzt muss ich gerade wieder simultan übersetzen, ne? Ja. Nein, simultan ja nicht. Simultan wäre ja, während du vorliest es gleichzeitig. Gut, das kann ich ja eh nicht bei mir selber dann machen, aber ich bin da wirklich nicht gut drin. Genau, also ich würde es halt lose übersetzen mit, aber ich merke nicht, dass, oder ich bemerke nicht, dass du viel machst, you're doing much, ja, dass du nicht viel, ja, unternimmst, machst. Im Sinne von zeichnen oder malen nowadays, wie sagt man momentan, heutzutage, als ein private pleasure, als ein Privatvergnügen. Und ich habe dieses Als, ein Privatvergnügen halt gelesen, du machst nicht viel Als, also im Sinne von, ähm, oh, da habe ich gerade voll den Dings, ähm, nicht viel, also Außer. Man kann Als ja auch als Außer lesen, als als Außer, ja. Ähm, verstehst du so, ich tue nichts lieber als das. Heißt ja, ich tue nichts lieber wie das oder so. Ja. Also es klingt jetzt grammatikalisch ein bisschen hölzern, aber man kann es ja eben so lesen, ich merke nichts davon, dass du das tust, außer für ein Privatvergnügen oder halt eben als ein Privatvergnügen im Sinne von, das ist wie ein Privatvergnügen. Und so hast du es ja gelesen. Genau, also ich habe es im Prinzip, ähm, muss ich dazu sagen, ich habe es mir auch übersetzen lassen, um es einfach mal einmal zu lesen. Ja, okay, und? Wie ist der Vorschlag? Ähm, ich habe jetzt hier gerade nur Diepe, ich hatte es aber, glaube ich, mit Chatschibiti, weil die Übersetzung doch noch ein bisschen besser war. Echt? Ja. Muss ich gerade nur das Semikolon finden. Aber ich sehe nicht, dass du heutzutage viel zeichnen oder malen als privates Vergnügen und Lektionen oder Kurse sind ziemlich nutzlos, außer als Anleitung für einen echten persönlichen Geschmack, der in der Praxis, ähm, der sich in der Praxis ausdrückt. Das fand ich halt, wie gesagt, eine ziemlich weirde Übersetzung. Ja, die ist wirklich wirsch. Und darum hatte ich halt, wie gesagt, die ganze Sache einmal in Chatschibiti geschmissen. Ja. Chatschibiti schlägt zum Beispiel auch vor, ich habe jetzt einfach mal nochmal den ganzen Brief kurz reingeschmissen, ähm, aber es scheint mir nicht, dass du neun Pfund, neun Schilling, null Pens Wert aus den Schulstunden ziehst. Mhm. Also das, was wir ja… Das rausholen. Ne, das rausholen, also dass die Leistung dir eben da halt eben nicht passt. Aber ich bemerke nicht, dass du heutzutage viel in Richtung zeichnen oder malen als privates Vergnügen machst und Unterricht oder Klassen sind ganz nutzlos, außer als Leitfaden für einen echten persönlichen Geschmack, der sich in der Praxis ausdrückt. Also, so hatte ich es halt auch verstanden, er zeichnet nicht mal wirklich zum Privatvergnügen, weil ich glaube, wenn er sagt, ich möchte jetzt kein Künstler, kein Maler, kein Architekt oder sonst was machen, sondern ich möchte einfach nur aus Spaß an der Freude malen, dann hätte Tolkien mit Sicherheit auch die neun Pfund weiter bezahlt. Ja. Aber wenn er ja noch nicht mal privat etwas zeichnet, das wäre ja so, als ob ich permanent irgendwie Filament für den 3D-Drucker bestelle, aber nichts mehr mit dem 3D-Drucker drucke, das wäre dann ja auch irgendwie rausgeschmissenes Geld. Ja, und er schreibt ja auch an den Sohn ja dann auch so, ne, hier, wenn es dir nichts ausmacht oder es sei denn, es macht dir ganz viel aus, also gibt ihm ja noch die Chance zu sagen, doch, ich habe das gerade pausiert, aber ich will das wirklich machen, mich interessiert das oder mir tut das gut oder so, dann hätte er ja auch noch die Möglichkeit gehabt, das zu erklären oder zu rechtfertigen oder so. Also es bleibt ja so ein bisschen John überlassen, was er damit jetzt mit dieser Bitte oder mit dieser Idee, mit diesem Wunsch von Tolkien anfängt, diesen Kurs zu lassen. Ja. Also so verstehe ich es jedenfalls, dass das schon sehr, sehr väterlich ist, im Sinne von, hör zu, wenn du das nicht nutzt, würde ich es gerne sparen, weil das brauchen wir eher für deine Schulklamotten, aber wenn es dir wirklich total wichtig ist und am Herzen liegt, unterstütze ich dich auch gerne. Also so lese ich das irgendwie, diesen ganzen Passus mit diesem Kunstunterricht. Ja, das fand ich halt total schön. Gut, dann kommt noch ein, wie ich finde, sehr spannender Absatz, weil er irgendwie so einen, ja, relativ abrupten Themenwechsel hinlegt, obwohl er eigentlich meiner Meinung nach jetzt auch alles gesagt ist zu dem Thema mit dem, mit dem, mit dem Zeichnen. Und das fand ich jetzt auch sehr spannend, weil es da sehr familiär und persönlich wird. Und deswegen würde ich auch ganz gerne den ganzen Absatz zitieren. Sollen wir wieder Englisch-Deutsch machen? Genau, weil wenn ich jetzt mit Englisch-Niederländisch anfange, hilft das unseren Zuhörern dann nicht. Und ich glaube, wenn du Englisch-Portugiesisch machst, noch weniger. Wir können es natürlich auch auf Niederländisch-Portugiesisch machen, dann bringst du gar nichts. Aber auf das Feedback wäre ich gespannt, wie viele das dann verstehen oder, oder wo unsere Zuhörer dann so alles herkommt. Das fände ich, oder so mit welchem Hintergrund. Naja gut, aber lassen wir es, dann machen wir mal ganz klassisch Englisch und Deutsch. Okay, Toykin schreibt also in diesem, in diesem Absatz, Zitat. I hope you are rid now of the last shreds of your cold and feeling fitter in the better air. You have a good deal to do now, one way and another, I expect, my dear. All the same, don't neglect mummy's cards or letters. She counts on them more than you can realise. I am willing to share, though we both miss you constantly and equally, unless there is something you really wish to consult father on. Excuse this poor scroll. We have been to Ifli Road. A bitter white morning and the church was more so cold. My hands are quite useless. Zitat Ende. Und übersetzen würden wir das Ganze in etwa so. Wie gesagt, wir sind keine professionellen Übersetzer. Ich hoffe, du bist jetzt die letzten Reste deiner Erkältung los und fühlst dich in der besseren Luft fitter. Du hast jetzt auf die eine oder andere Weise eine Menge zu tun, erwarte ich, mein Lieber. Trotzdem vernachlässige nicht Muttis Karten oder Briefe. Sie zählt mehr darauf, als du dir vorstellen kannst. Ich bin bereit zu teilen. Obwohl wir beide dich ständig und gleich vermissen. Es sei denn, es gibt etwas, das du wirklich mit Vater besprechen möchtest. Entschuldige dieses sehr schlecht Gekritzel. Wir waren in F.A. Road. Ein bitterer weißer Morgen und die Kirche war tödlich kalt. Meine Hände sind ganz nutzlos. Wieso wärmt er sie da nicht vorher auf? Zitat Ende. Das ist ja kein Zitat. Wir machen ja keine Zitateinleitung. Wir zitieren ja nichts. Wir haben bislang immer bei der deutschen Übersetzung Zitat und Zitat Ende. Bei den deutschen Zitaten, die wir aus den englischen Sachen übersetzt haben, habe ich immer das Zitat weggelassen, weil es gibt nichts, was wir zitieren können. Ach so, weil wir es ja selber übersetzen. Richtig, wir zitieren uns ja höchstens selbst. Und da muss ich kein Zitat vorne dran setzen. Tut mir leid, dass du schon wieder was zum Schneiden bekommen hast. Nee, das lasse ich jetzt drin. Das lässt du drin. Okay, fein. Ja, da steckt unfassbar viel drin, finde ich, in diesem einen Absatz. Ich würde vorschlagen, gehen wir der Reihe nach durch. Also er hofft erst die Erkältung los. Also offensichtlich war John vorher irgendwie krank oder kränklich. Und fühlt sich jetzt in der besseren Luft fitter oder fitter in der schöneren Luft oder wie sagt man, ja. In der frischen Luft. In der frischen Luft. Und Oxford ist in der Zeit, das haben wir in der letzten Folge, in der Interimsfolge, sind wir da ja auch kurz drauf eingegangen, dass Tolkien da jetzt nicht der größte Fan von Oxford ist. Eben auch deshalb, weil es halt sehr industriell ist drumherum. Und halt nicht so im Stadtkern, wo halt die ganzen schönen Universitäten sind, was wir ja auch selber festgestellt haben, als wir jetzt schon ein paar Mal dort waren, dass es halt im Stadtkern total schön ist. Und ja, je weiter man halt rauskommt, desto unromantischer wird es. Und das war zur Tolkien-Zeit halt eben ja auch nicht anders. Und insofern wird John da halt eine bessere Luft vorfinden, als in Oxford jetzt in der Stadt drin. Dann hat er jetzt viel zu tun. Okay, der Ernst des Lebens, ne, hatten wir ja schon. Dann kommt eben, dann kommt eben, also Ernst des Lebens und so. Und dann kommt eben dieses Vernachlässige auf keinen Fall Mamis Karten und Briefe. Schon wird das, die irgendwie getrennt schreiben. Ja. Die auch in getrennten Betten geschlafen haben. Da kommen wir später wahrscheinlich irgendwann mal noch drauf in den nächsten 300 Jahren, während wir diesen Podcast machen. Aber ja, also ich glaube schon, dass sie nicht zusammen sich hingesetzt und einen Brief an ihren Sohn geschrieben haben, wie man es vielleicht heutzutage machen würde, wenn die Menschen noch mehr Briefe schreiben würden. Aber das bestätigt es ja. Dass Edith ja Karten und Briefe schreibt an ihren Sohn. Teukin sitzt jetzt da und schreibt einen Brief an seinen Sohn, aber sie tun es irgendwie nicht gemeinsam. Vielleicht schicken sie es aber auch gemeinsam weg. Also dann so in einem Umschlag. So nach dem Motto, wenn du noch was hast, ich schreibe gerade einen Brief. Also wenn John nicht mehr zeichnet, dann können sie sich für die neun Pfund, ihr wisst alle, was gemeint ist, da können die auch beide einzeln die Briefmarken kaufen. Vielleicht tun sie das ja auch, wissen wir nicht. Aber naja, sie zählt mehr darauf, als du dir vorstellen kannst. War für mich so ein Hinweis darauf. Er antwortet ihr wahrscheinlich nicht so. Ja, er ist halt auch wahrscheinlich beschäftigt halt auch so mit seinen Freunden und diesem neuen Leben da halt irgendwie an der Schule, also im Internat. Aber es zeugt halt auch irgendwie davon, das erste Kind ist jetzt aus dem Haus, in welcher Form auch immer. Ist jetzt noch nicht irgendwo hin verheiratet und kommt nie wieder. Hat den eigenen Haushalt aufgebaut, sondern ist erstmal nur in Gänsefüßchen an einem Internat. Und trotzdem, glaube ich, ist halt allen klar, jetzt ändert sich halt auch einiges, auch so im Familienleben, im Familienzusammenleben. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das am Anfang für alle Beteiligten, vor allem für die Eltern halt vielleicht jetzt auch nicht so ganz einfach ist, diese Umstellung. Dass man sich dann natürlich halt noch mehr freut, wenn man halt Nachrichtenbriefe, wie auch immer, Neuigkeiten bekommt. Und es ist ja auch nicht so, ne, heute, wir sind es ja total gewohnt, dass wir halt mal eben schnell über unser Smartphone halt drei Bilder geschickt haben. Guck mal, was ich halt für einen tollen Kuchen gegessen habe oder sowas. Nicht wirklich. Okay, was ich für einen tollen Kuchen gebacken habe. Davon mache ich nämlich schon Fotos. Ja, aber, weißt du, ich meine, man hat ja eine ganz andere, viel nahbare Art des Austauschs. Und es geht halt auch viel schneller und unverbindlicher irgendwie. Und in der Zeit halt, in der man dann ja auch warten muss, bis dann der Brief wiederum ankommt und man dann ja wieder sich die Zeit nimmt, den Brief zu antworten und so weiter und so fort. Also das finde ich schon ein ganz schöner Hinweis hier. Ja, und trotzdem ist Tolkien aber bereit zu teilen. Wie fandest du den Punkt? Ich fand das total nett. Ja, ist halt, wie gesagt, ist so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, glaube ich, zu nehmen, dass das Tolkien sein Sohn mit seiner Frau teilt. Es sei denn, es gibt etwas, worüber du Vater wirklich konsultieren möchtest oder mit ihm sprechen möchtest. Also worauf deutlich macht, ich bin immer trotzdem für dich da. Ja, und Väter und Mütter sind ja doch sehr unterschiedlich meistens oder in meiner Erfahrung jedenfalls. Und das fand ich halt irgendwie total nett und schön, dieses Gewissen oder dieses nochmal bestätigen. Du kannst auch immer nur zu mir kommen. Du musst nicht zu uns beiden kommen, aber wir teilen dich gerne auf, wie du sagst, mit so einem Augenzwinkern. Also ein geteilter John. Ich glaube nicht, ich hoffe es nicht für ihn, dass er sich geteilt fühlt oder dass er sich aufteilen muss. Ja, und dann kommt noch das schlechte Gekritzel. Also ich konnte das sehr gut lesen in dem Buch. Das übertragene, geschriebene, nicht für uns leider nicht sichtbar. Oh, was gäbe ich da für diese Briefe. Man sollte mal eine Briefe-Faximile-Ausgabe. Oh, stell dir das mal vor. Bring doch einfach mal einen Satz zu Ende. Das würde mir schon vollkommen reichen. Wer auch immer uns zuhört und irgendwas im Verlagswesen macht und irgendwelche Rechte innehat. Eine Faximile-Edition der Briefe wäre sehr wünschenswert. Vielen Dank. Vielleicht hört ja der Weihnachtsmann zu oder der Nordpolarbeer und kann da was drehen. Ja, also John soll das schlechte Gekritzel entschuldigen. Dann gibt es auch gleich die Erklärung hinterher. Sie waren in der Ifly Road. Ein bitterer weißer Morgen und die Kirche war tödlich kalt. Und ich finde, das ist so Tolkien, diese Beschreibung. Das ist so ein kleiner Satz, der ist so irgendwo so nebensächlich. Ich glaube, man liest da eher so drüber und denkt sich irgendwie nichts dabei. So, okay, ja gut, sie waren halt in der Kirche und es war kalt und seine Hände sind irgendwie unbrauchbar. Oder nutzlos oder wie auch immer man es übersetzen möchte. Aber ich weiß nicht, also ich finde, ein bitterer weißer Morgen, das kann ich mir schon, also das ist so bildlich. Ich fand das total schön. Und da wollte ich so ein bisschen den Fokus drauf richten, weil ich glaube, dass man das sehr schnell überliest. Ja, also ich habe es überlesen. Okay. Aber jetzt, wo du sagst, ja, es wirkt wie die ersten 100 Seiten im Herrn der Ringe. Nein, so stimmt nicht. Also es ist natürlich schon, ich meine, wir sind im Januar. Keine Ahnung, wie da das Wetter sein soll. Ja, ich finde, man kann sich das so vorstellen. Ein bitterer, also vielleicht bitterkalt, weißer Morgen, ein weißer Morgen. Also vielleicht ist es da halt irgendwie so diesig neblig irgendwie. Es ist zwar hell, das Licht blendet, aber es ist nicht sonnig. Es ist alles irgendwie so hinter so Wolken. Der Himmel ist nicht mal grau, er ist irgendwie so weiß. Also in letzter Zeit, wir haben jetzt Februar, sehe ich das halt öfters morgens. Und da habe ich mir halt, also gerade heute Morgen habe ich mir gedacht, genau das ist das, was Tolkien da beschrieben hat. Nicht ganz. Nicht? Nein. Hast du eine andere Theorie? Nein, aber ich habe die Wetterdaten. Nein. Doch. Von 1934. Vom 21. Januar 1934. Für Oxford, nicht für Weilheim. Was brauchst du? Ja, ich würde halt sagen, es war echt kalt. Echt kalt, dabei haben wir zwei ja schon unterschiedliche. Du findest ja schon 15 Grad echt kalt. Ja gut, Oxford, bitte, ja. Ich würde mal sagen, so kurz unterm Gefrierpunkt rum. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, minus 20 Grad oder sowas. So, was ist so ein Mindestmax? Äh, minus 5 plus 5, so in der Range würde ich jetzt gehen. Und bewölkt oder neblig irgendwie sowas, hätte ich gesagt. Also, Höchsttemperatur waren 4,4 Grad. Uh. Die Tiefstemperaturen waren 4,4 Grad. Mei, guck an. An der Grasoberfläche allerdings, äh, minus 7,8 Grad. An der Grasoberfläche? Ja, das ist also, die haben im Wachstum. Braureif, oder? Ja, also die, die, die messen nochmal so die oberste Schicht vom Rasen. Also, es war halt in den letzten Tagen sehr kalt. Ja. Das hat sich halt, das ist halt wirklich so richtig kompakt und tief gefroren, der Boden. Es war also eine frostige Luft. Die Sonne schien ganze eine Stunde sechs an dem Tag. Oh, nicht viel. Also, sehr bewölkt. Aber immerhin hat es nicht geregnet. Okay. Weißer Morgen könnte ja sonst auch Schnee bedeuten. Ja, könnte. Denke ich mir gerade. Also, jetzt in dem Zusammenhang nicht. Aber auf die Idee bin ich jetzt noch gar nicht gekommen. Aber es hat, die letzten Tage gab es keinen Niederschlag. Okay. Naja, und dass die Kirche tödlich kalt war, können wir ja auch nicht bestätigen. Wir wissen ja, dass Täukchen diesen Tag überlebt hat. Ja, und übrigens am Tag vorher gab es wenigstens immer noch sieben Sonnenstunden. Oh, okay. Was für ein Januar. In England. Ist okay. Ja. Ja, krass. Haben wir das auch noch mit Wetterdaten geklärt? Ja. Wir könnten ja, hast du das jetzt nur für das Jahr, oder? Ich habe sie von 1815. Für Oxford bis April 22. 22, okay. 20, 22. Ja, ja, okay. Ach so, ja. Aber dann könnte man ja eigentlich. Hm, wir wollten. Die Daten, die Metadaten aufhören. Ja, was hältst du denn davon? Können wir gerne machen. Ich fände das cool. Also, solange er in Oxford ist. Wenn er mal einen Brief von woanders schreibt, müsste man gucken, ob man für den Tag. Wo hast du das denn überhaupt gefunden? Ein Gentleman schweigt und genießt. Aha. Gut, du Zauberer, dann behalte deine Geheimnisse mal für dich. Okay, viel haben wir nicht mehr von dem Brief. Nur noch einen kleinen, kurzen Absatz. In dem Teukchen bedauert, dass die Nummern gefallen sind. Ähm, ich geh mal davon aus, dass es da um die, um die Schülerschaft geht. Also, dass die, die, die Mitglieder der Schule weniger werden. Ähm, weil er dann eben. Aber was bedeutet das? Also, welche Schüler? Also. Ja, warte, weil er ja eben dann auch schreibt, dass er halt sicher ist, dass sie halt ihre, keep your spirits up, wie sagt man das, dass sie halt den Mut nicht verlieren. Hoffnung und Glauben. Ja, und, ähm, dass die Schule halt wieder triumphieren, also über die, über die Herausforderung am Ende triumphieren wird. Also, es klingt ja danach, als hätte die Schule in dieser Zeit halt irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber es ist halt ein katholisches Internat in einem anglikanisch geprägten England. Insofern werden die es halt von vornherein nicht so wahnsinnig leicht gehabt haben, geh ich mal von aus. Weil, ähm, es gibt ja auch in Oxford keinen katholischen Friedhof, sondern einen Teil eines Friedhofs, der halt, äh, katholischen Menschen dann halt irgendwie vorbehalten ist. Also, man merkt ja schon, dass der Anteil, ähm, an, an, an römisch-katholischen Gläubigen viel, viel geringer ist. Gerade halt auch in dieser Zeit noch. Und ich glaube, was ja irgendwann noch, noch erschwerend dazukommt, ich meine, man darf ja nicht vergessen, wenn man sich jetzt Tolkien anschaut, der ist ja jetzt auch nicht super früh oder super spät Vater geworden. Er hat den Ersten Weltkrieg überlebt. Also, es ist natürlich auch immer noch die Frage, wie viele Männer haben überhaupt... Ja, wie viele Kinder gibt es überhaupt in dieser Zeit, die in dem Schulalter sind. Weil John ist ja 1917 geboren, also ist ja so ein Kriegskind, ähm, das im Krieg geboren ist noch. Ähm, da hast du schon recht, ja, das wird sicher eine große Rolle auch spielen. Gerade in der Generation dann, ja. Das sind die noch nicht Baby-Boomer, die kommen erst später. Ja, gut. Dann endet der Brief mit, Zitat, with very much love from your own father. Zitat Ende. Mit sehr viel Liebe vor deinem eigenen Vater. Ja, also sehr... Ich finde den Brief insgesamt schon sehr, sehr liebevoll, dann auch gerade mit diesem Ende. Ähm, aber im Fazit zum Brief sind wir ja noch gar nicht. Nein. Aber mit dem Brief an sich sind wir fertig, oder hast du noch irgendwas, was dir aufgefallen ist, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, oder... Ich glaube nicht. Ich werfe nochmal eben schnell einen Blick. Oh nein, ich hab das Bändchen raus. Ich überfliege nochmal eben kurz, aber ich glaube dadurch, dass wir eh schon gefühlt den ganzen Brief mehr oder weniger zitiert haben... Haben wir nicht, haben wir nicht. Nein, ich sag dir mehr oder weniger. Ja, ja. Alles gut. Dann würde ich sagen, neu in der aktuellen Ausgabe können wir es skippen. Alles. Weil das ist alles neu. Und dann springen wir gleich einfach mal weiter zu den Personen. Und als erstes gerne Mr. Hope. Nein, wir machen das jetzt anders, weil... Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, wir haben nämlich in dieser Folge, nachdem wir in der letzten Folge, also in der Interimsfolge ja schon festgestellt haben, dass die... Ich finde es übrigens echt faszinierend, dass du immer, wenn du auf die letzte Folge Bezug nimmst, nochmal betonst, dass es eine Interimsfolge war. Ja, sonst hören die Leute halt irgendwie in den letzten Brief rein und sind dann enttäuscht, weil sie die Info nicht finden. Ja, aber das war ja nicht die letzte Folge. Ich meine, jeder, der jetzt einen Podcatcher reinguckt, sieht, was die letzte Folge war. Gut, also in der letzten Folge haben wir nämlich ja schon... In der Interims, meinst du? Ja, da haben wir nämlich schon festgestellt, dass wir die historischen Einordnungen so ein bisschen also die global-historischen Sachen so ein bisschen vernachlässigt haben und das ändern möchten. Genau. Das sollten wir vielleicht mal ganz kurz einfach nur in zwei Sätzen wiederholen für die Menschen, die die Interimsfolge geskippt haben, weil sie gesagt haben, so Weltgeschichte reicht nicht oder reicht, brauchen sie nicht. Wir haben gesagt, wir legen unser Fokus auf alle wichtigen, relevanten Sachen für Großbritannien und für Deutschland, sollte natürlich, wie hast du das gesagt, ein bedeutender Sackreis in den USA umfallen. Berichten wir darüber natürlich auch. Also es gibt gewisse Sachen, die sind so gesellschaftlich relevant. Aber wir gucken jetzt mehr auch so ein bisschen rechts und links in den Geschichtsbüchern, wie wir ja in der Interimsfolge auch hatten mit Schulpflicht-Einführung, was ja im direkten Impact, was man jetzt so jetzt nicht als relevant bezeichnen würde in einem Geschichtsbuch für die Weltgeschichte. Ja. Aber natürlich für Tolkien, der ja seine Nummer vier Kinder hat, sehr wohl, sehr relevant. Genau. Und ich meine Deutschland, weil wir ja nun mal ein deutschsprachiger Podcast sind. Und bedeutender Sackreis in den USA oder in anderen Ländern halt auch, meint halt auch Dinge oder Abläufe, die dann halt in den Alltag der Menschen in England und oder Deutschland halt auch mit reinwirken, also die Tolkien in irgendeiner Form dann betroffen haben. Wie der schwarze Donnerstag. Genau, Weltwirtschaftskrise, sowas. Tombombentests. Oh ja. So, also nachdem wir das ja jetzt schon ändern, möchte ich gerne noch eine Änderung einführen mit dieser Folge. So viele Änderungen. Wetterdaten, Tagesdaten, also welcher Tag geschrieben wurde. Was willst du jetzt noch ändern? Ich möchte ändern, dass wir bei den erwähnten Personen auch den Adressaten oder die Adressatin mit aufnehmen. Das ist doch langweilig. Das haben wir nämlich bislang tatsächlich nicht gemacht. Beziehungsweise halt, wenn dann nur so sporadisch oder in Einzelfällen. Und deswegen dachte ich, erwähne ich mal noch eben den John, an den dieser Brief geht, den wir jetzt immer die ganze Zeit schon erwähnt haben, den ganzen Brief über. Dabei handelt es sich, große Überraschung, um John Francis Royal Tolkien. Sagst du nicht. Doch. Ist er mit dem J.A.A. verwandt? Ist sein ältestes Kind. Oder erstes Kind. Gelebt hat John von 1917 bis 2003. Er war römisch-katholischer Priester und Ronalds und Ediths ältestes Kind. Nämlich. Und wenn es Tolkiens erstes Kind ist, dann ist es auch sein ältestes. Ja. Alter Klugscheißer. John jedenfalls wird während des Ersten Weltkriegs in Cheltenham geboren. Und seinen zweiten Vornamen, Francis, bekommt er zu Ehren von Tolkiens ehemaligen Vormund und Freund der Familie, nämlich Father Francis Morgan. Dessen erste Erwähnung übrigens im Brief 1 war. Dann will er hier für alles Bezug nehmen. Und jetzt kommt ein kleiner Spoiler. Während seines Abschlussjahres an der Oratory School, von der wir ja gerade reden, beschloss er, katholischer Priester zu werden. Und ganz, ganz viele Jahre später hielt er dann die Totenmesse für seinen Vater zur dessen Beisetzung im September 1973. Und die erste Erwähnung von John ist in Episode Nummer 9, nicht in Brief 9, das sind wir noch nicht, Episode 9. Das ist nämlich auch eine Interimsfolge, Nämlich die Jahre zwischen 1916 und 1923. Das war's zu John. Okay. Dann chronologisch dem Brief folgend die nächste Erwähnung. Das ist ein gewisser Mr. Hope. Und ich hab mir echt einen Wolf gesucht. Und du hattest keine Hope mehr? Oh, ich hatte echt keine Hope mehr. Tatsächlich macht der Name die Suche natürlich nicht leichter. Hätte der jetzt irgendeinen, keine Ahnung, Namen, der jetzt nicht noch irgendeine Bedeutung wie Hoffnung hat, wäre die Suche vielleicht... Nuller Lüdenscheid. Ja, zum Beispiel. Also da wäre halt die Suche ein bisschen einfacher gewesen. Ich hab tatsächlich sehr viel mehr Zeit darauf aufgewandt, als mir im Nachhinein lieb ist. Vor allem ohne Ergebnis. Das frustriert mich dann noch mehr. Ich war sogar so weit, ich war kurz davor, die Schule anzurufen und zu fragen, ob die mal bitte in ihrem Archiv nachgucken können. Da es aber ein Wochenende war, als ich die Folge vorbereitet habe, habe ich es dann bleiben lassen. Und danach dachte ich mir, nein, es darf auch mal, das muss ich mir aber selber mal wieder einreden, es darf auch mal eine Lücke bleiben. Ich glaube, ich und die Zuhörenden sehen das anders. Du darfst gerne in der Schule anrufen und nachfragen, wer Mr. Hope war. Also ich habe einen Mr. Hope gefunden. Hast du? Ja. Auch 1934? An dieser Schule. An dieser Schule und was war der? Schüler. Toll, okay. Der, nee, stimmt gar nicht. Der hatte, der war 36, ist er abgegangen und wurde nachher im militärischen Geheimdienst in Deutschland eingesetzt. Da habe ich nicht davon aus, dass das der Hope ist. Aber vielleicht war es sein Vater. Aber auch sehr spannend auf jeden Fall. Ja, aber wir sind hier nicht der Hope-Podcast. Ja, das ist schon okay. Also wie gesagt, ich vermute, es war vielleicht entweder sowas wie ein Kunstlehrer oder Kunstkursleiter oder so von John an der Oratory School oder eben Mitglied der Schulverwaltung oder sowas, den man aufsuchen kann, wenn man einen Kurs verlassen möchte. Erste Erwähnung, ach was, in Brief Nummer 8a. Ja, das war es eigentlich alles, was wir zu Mr. Hope sagen können. Dann wird noch eine Person erwähnt, nämlich Mami, von der wir auch schon so oft in diesem Podcast gesprochen haben, die aber noch nie als erwähnte Person irgendwo mal aufgelistet wurde. Deswegen möchte ich das hiermit nachholen. Bei Mami handelt es sich um Edith Tolkien. Sagst du nicht. Ist das nicht die Frau von diesem J.R.? Ja, genau, die geborene Brad, 1889 geboren und gestorben 1971, war die Ehefrau von J.R.R. Tolkien und Mutter von John, Michael, Christopher und Priscilla Tolkien. Edith war ein uneheliches Kind und wie Tolkien frühweise. Sie begegneten sich in der Pension von Mrs. Faulkner in der Duchess Road in Birmingham und schon früh wurde man auf Ediths musikalische und tänzerische Begabungen aufmerksam. Sie spielte nämlich sehr gut Klavier und ein Tanz im Schierlingskraut bei Ruth inspirierte Tolkien zu seiner Erzählung von Beren und Luthien. Und die erste Erwähnung von Edith ist im Brief Nummer 1, der ist nämlich an Selbiger adressiert. Genau, aber ist das streng genommen eine Erwähnung? Naja, dadurch, dass wir ja jetzt ab heute beschließen. Na, aber ich meine einfach nur. Ja. Ist das streng genommen eine Erwähnung? Ja. Sie wird erwähnt. Hallo Liebling. Das ist eine Erwähnung in einem Brief. Wer ist Liebling? Wir haben nämlich... Ist das tatsächlich Hallo Liebling im ersten Brief? Ich dachte, der erste Brief wäre nur... Hallo Kleines oder wie gesagt, keine Ahnung, wie man das übersetzt. Aber schau mal eben nach, während ich hier suche. Wenn ihr das so rascheln hört übrigens... Sind das die Bücher und die? Das sind das Original-Bücher. Ja doch, My Edith Darling. Genau. Und bei wem war das? Empfänger Edith, Empfänger Edith. Ist ja auch egal. Nein, mir ist das jetzt wichtig. Adressat Geoffrey ist auch... Die folgenden Podcasts verschieben sich auf unbestimmte Zeit. Ey. Genau. Und zwar, Brief Nummer 6 war das. Da ist die Empfängerin Mrs. Wright. Und da haben wir als erwähnte Personen Elizabeth Mary Wright, die Frau von Joseph Wright. So, und da haben wir sie nämlich als erwähnte Person. Bei Edith davor und Geoffrey und so haben wir das nicht gemacht. War halt völlig klar, weil wir diese Personen sind und sie sowieso im Brief halt erklärt werden. Aber wir haben sie nicht explizit als erwähnte Personen aufgelistet. Das holst du jetzt hier bitte nach. Und das hole ich jetzt mit Edith nach. Genau. Habe ich jetzt getan. Du hast sie ja gerade. Genau. Gab es noch mehr Personen? Nein. Keine am Ende. Was mit Fatih? Oh. Okay. Father bezieht sich auf John Ronald Royal Tolkien. Nee, sagst du nicht. Geboren 1892. Gestorben 1973. 1973 war ein britischer Fantasy-Autor. Nein, nein, nein. Er war gelehrter. Jungs. Sprachwissenschaftler. Ja, okay. Bei allem Schelm. Also, ich finde es schon wichtig, dass man halt auch die Adressaten mit aufnimmt als erwähnte Personen. Und gerade bei Edith. Es ist doch schön, dass wir so nach einem Jahr Podcast noch mal feststellen, dass wir es noch besser machen können für euch da draußen. Mitwetterdaten. Das finde ich echt cool. Ich meine, dieser Brief, auch wenn das jetzt gerade nicht mehr zu den Personen gehört, aber wir sind ja mit den Personen durchaus, du gesagt. Ja. Schiebe ich das einfach mal kurz ein. Man merkt halt schon, dass das ja durchaus einen Impact hat, wie das Wetter war. Ja. Und vermutlich auch, an welchem Wochentag geschrieben wird. Habe ich Zeit dafür? Habe ich keine Zeit? Muss ich noch was machen? Da bin ich echt mal drauf gespannt. Ich auch, ja. Ob man da irgendwie was ablesen kann, dass Tolkien immer Freitag, Samstag, Sonntags Briefe geschrieben hat, aber nie mittwochs. Klar kommen wir das nur für die 504 Briefe, die in der aktuellen Ausgabe drin sind. Tolkien hat ja weit mehr geschrieben. Aber ich glaube, wenn er 90 Prozent am Wochenende geschrieben hat, wird er, und mittwochs nie, wird er nicht alle anderen, die nicht veröffentlicht wurden, die dieses Buch alle am Ende Mittwoch geschrieben haben. Ja. Ja. Und dann, möchtest du zur historischen Einordnung kommen? Ja, ich glaube, das wäre das nächste von unserem Ablaufplan. Korrekt. Ja. Also ich mache jetzt keine umfangreiche historische Einordnung, weil dafür hatten wir ja die Interimsfolge. Du meinst die letzte? Die mit der historischen Einordnung halt. Aber so ganz kurz kann ja auch sein, dass das jemand übersprungen hat, geht es halt 1933 in Deutschland dann halt mit dem Nationalsozialismus so richtig offiziell los auf Staatsebene. Und was halt eben auch in der Welt passiert in dieser Zeit, ist eben die Weltwirtschaftskrise 1929. Die ist halt immer noch sehr präsent in den Leben der Menschen. und überhaupt eben so der Faschismus in Europa ist sehr stark. Also nicht nur in Deutschland. Und wir befinden uns ja jetzt in diesem Brief noch im Januar, also ganz am Anfang vom Jahr 1934. Da will ich jetzt auch noch nicht zu viel vorweggreifen, aber da passiert schon sehr viel. Und was halt jetzt auch so in diese, oder so ein Zeugnis vielleicht auch für die Stimmung in dieser Zeit sein kann, ist direkt am 1. Januar wird in Deutschland das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Kraft treten. Das ist schon im Juli 1933 verabschiedet worden und jetzt gilt das. Und das sagt halt schon sehr viel aus. Das müssen wir jetzt ja auch nicht aus, wie sagt man, vertiefen. Ja, ansonsten. Die Welt steuert auf einem Abgrund zu. Ja, der Tanz am Rande des Vulkans. Das ist eine sehr treffende Einordnung. Wir wissen, was passiert ist. Wir wissen aber auch, wie es ausgehen wird. Wir wissen auch, was danach noch kommt. Aber das werden jetzt noch ein paar harte Jahre, durch die wir gemeinsam mit euch gehen müssen da draußen. Aber vielleicht kann man, wir haben es ja gerade schon bei den erwähnten Personendaten von dem Vater erwähnt und gespoilert, Tolkien wird das Ganze überleben. Und es gibt durchaus super interessante, vielleicht noch falschen Begriff, aber super spannende Briefe auch zu dem Thema. Ja, absolut. Wir haben ja auch mal eine Tolkien in Fünf-Minuten-Folge mit dem fulminanten Titel Tolkien vs. Hitler produziert. Das ist immer noch eine meiner Lieblingsfolgen. Da sind so tolle Zitate drin. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Aber das kann schon auch irgendwo in der Art und Weise im Umgang damit vergnüglich sein. Was auf jeden Fall noch vielleicht noch was Schönes im Januar 1934. Schön ist immer gut. Schön ist immer gut. Da startet nämlich die Comicserie über den Weltraumhelden Flash Gordon in den US-Zeitungen. Das fand ich cool. Und zwar nicht im Januar, sondern erst im Juni. Aber Donald Duck wird einen ... Nein, 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 nicht nur Spoilern. ... ersten Auftritt in dem Kurzfilm. Der Kluge. Wir gucken doch immer nur bis zum aktuellen Brief. Okay. Jetzt kannst du ja Donald Duck im nächsten Brief nicht mehr bringen. Aber der nächste Brief ist ja schon wieder weitaus später. Und wer weiß, ob wir dann noch auf den Juni 1934 gucken. Natürlich. Okay, gut. Dann hebe ich mir den Donald Duck noch bis dahin auf. Ja, genau. Also es passiert allerlei. Das ist natürlich klar. Kein Jahr vergeht einfach so. Aber wie gesagt, wir hatten ja die letzte Folge, also die Interims-Folge bis zum 31.12. gemacht. Und darum ist halt jetzt relativ wenig für diesen aktuellen Brief. Ja. An zeitlichen Kontext. Man könnte, wie gesagt, höchstens ein bisschen halt in das Jahr reingucken. Aber das bringt nichts, weil das machen wir ja im nächsten Brief. Mhm. Was uns jetzt zum Fazit bringt, liebe Annika. Ja. Wie fandest du denn den Brief? Oder wie wirkt er auf dich so jetzt nach der Besprechung? Anders als vorher beim Nur-Lesen? Also das kann ich dir nicht mehr sagen. Also ich fand den Brief auf jeden Fall sehr persönlich. Mhm. Ich kann super nachvollziehen, warum sie in seiner Zeit rausgelassen haben. Mhm. Ich spoiler, die nächsten drei Bits, die nächsten zwei Briefe gehen an seine anderen beiden Söhne. Was ich ziemlich cool finde. Ja. Also ich kann super nachvollziehen, warum sie diesen Brief rausgelassen haben. Weil er für das Werk und für Tolkien als Mensch jetzt nicht so die super tiefen Einblicke gibt. Sie zeigt Tolkien menschlich, ne, als Vater. Das finde ich sehr faszinierend und sehr interessant. Mhm. Aber ich kann super nachvollziehen, warum sie seinerzeit gesagt haben, wir müssen irgendwie 150 Briefe kürzen. Ja. Die nehmen wir raus. Umso schöner finde ich, dass wir ihn jetzt haben. Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also du kannst nachvollziehen, dass er rausgelassen wurde. Aber du kannst auch nachvollziehen, warum er jetzt es reingeschafft hat in die neue Ausgabe. Genau, was hast du noch reingeschafft? So hatten es ja Carpenter und Christopher Tolkien seinerzeit vorgesehen. Genau. Und dann ist es ja nur, so ein dickes Buch kriegen wir nicht verkauft. Ja. Das muss reduziert werden. Ja, und ich denke auch, dass in den 70ern vielleicht halt eben auch mehr der Fokus drauf lag, die Entstehung des Werkes. Oder Tolkien als Schriftsteller, als Fantasy-Autor, als Wegbereiter für ganz viele andere Schriftstellerinnen und Autoren. Und heute interessieren wir uns halt vielleicht ja auch in der Fachwelt viel mehr für den Menschen hinter dem Berg. Oder nicht vielleicht. Also es ist so. Allein die Anzahl an Biografien, die auf dem Markt sind, gerade zu Tolkien, ist natürlich schon immens. Und ich glaube, dass man so etwas heute natürlich auch anders vielleicht liest oder wahrnimmt oder erwartet, als eben noch vor 30, 40 Jahren. Verdammt, 50. Ja. Oh, wieso sind die 70er so lange her? Ich kriege das in meinem Kopf immer noch nicht zusammen. Okay. Wir hatten jetzt ja Tolkiens 50. Totesten. Ja. Ja. Aber das ist halt Tolkien, der ist so losgelöst irgendwie von meiner Zeitrechnung. Ja. Wie fandst du den Brief denn? Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Also ich musste, wie gesagt, von Anfang an schmunzeln. Diesem, ich bin enttäuscht. Aber ich bin mir sicher, dass er ein Bestes getan hat. Da schwingt noch so ein Oder mit. Oder. Genau. Ein zwizerdütsches Oder. Und ich finde ihn halt auch sehr, sehr persönlich. Nicht nur, weil es ein Vater ist, der an seinen Sohn schreibt, sondern halt auch dieses Familiengefüge, das sich jetzt geändert hat. Das kann man da, finde ich, halt schon rauslesen. Und ja, auch dieses Augenzwinkernde, dieses Humorvolle, dieser Tolkien-Humor, der da halt, mit dem Koffer zum Beispiel, der da halt so drin steckt. Aber auch der bittere, weiße Morgen. Also das sind so Eigenheiten, die finde ich total wertvoll. Auch wenn sie jetzt für den Verlauf der Weltgeschichte vielleicht komplett unbedeutsam sein mögen. Für Tolkien waren sie es nicht. Genau. Weder Junior noch Senior. Also Junior wissen wir nicht, aber Senior auf keinen Fall. Ja. Möchtest du dann einen Ausblick zum nächsten Brief geben? Nö, den überlasse ich dir. Den hast du mit Sicherheit nämlich schon vorbereitet. Ich habe tatsächlich schon ein paar Sachen rumgemarkert. Nämlich auch in meiner Ausgabe, wofür ich sehr dankbar bin. Ja, vor allem in deiner Ausgabe, in meiner habe ich es noch nicht gemacht. Das ist jetzt irgendwie blöd, dass wir mit zwei Ausgaben arbeiten. Aber anders wäre es nicht handelbar, vor allem wenn wir nicht komplett nebeneinander sitzen. Die nächste Folge gibt es übrigens in zwei Monaten. Weil es zwei Jahre Abstand sind? So werden wir nie fertig. Wahrscheinlich machen wir es so lange, bis es eine dritte überarbeitete Ausgabe gibt und noch mehr Briefen. Ja, also der nächste Brief mit der Nummer 8b, also auch ein komplett neuer Brief oder jetzt neuer Brief, ist datiert auf den 10. August 1936, zwei, naja zweieinhalb Jahre später. Und es adressiert an Tolkiens jüngsten Sohn, nämlich Christopher. So, dann schaue ich mal eben, so, das war der August. Das war ein sonniger Tag. Ah, sehr schön. Wie warm und kalt und ob es geregnet hat oder ob die Sonne schien oder wie viele Stunden die Sonne schien, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, die irgendwann im März rauskommt. Also schaltet wieder ein, nee, schaltet ein, wie war das immer, schaltet ein, wenn es wieder heißt. Tolkiensbriefe. Oh, ich hab noch ne kleine Kleinigkeit. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Wir sind ja eigentlich durch jetzt. Ja. Outro läuft ja im Prinzip schon. Ja, nee, weil heute ist nicht nur ein besonderer Tag, weil wir ein Schaltjahr haben und heute ganz viele Leute endlich ihren echten Geburtstag feiern dürfen. Man merkt, ich hatte als Kind einen Freund, der an einem 29. Februar Geburtstag hat. Du kennst jemand? Ja, also nicht mehr. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber ja, tatsächlich. Und das war, also mich hat das als Kind, mich hat das völlig fertig gemacht, dass dieser arme Junge nur alle vier Jahre. Ganz kurz, hat er vor danach gefeiert? Er hat er mal vorgefeiert am 28. Weil es wäre vom 28. auf 29. gewesen. So irgendwie hat er, weiß ich nicht mehr, was wir uns als Kinder gedacht haben alles. Aber er hat mir echt immer richtig leid getan. Es war immer so kein richtiger Geburtstag so. Es hat auch immer, es haben auch mal alle anderen so, also es wurde immer erwähnt, wenn es kein 29. war. So, ja, eigentlich hast du ja erst morgen, aber eigentlich ja erst, also morgen wäre es ja dann schon gestern. Es war ein völliger Mindfuck für alle Kinder drum drum. Und deswegen, ja. Mindestens der, die du gezogen hast. Genau. Du weißt nicht, wer dich gezogen hat. Nein, da bin ich super gespannt. Und das finde ich ja eh lustig, dass es da jetzt eigentlich im Prinzip zwei, dass jeder zwei Brieffreundschaften bekommt. Ich hab's Jucken im Ohr. Das haben wir schon mal gesagt. Das ist das, was ich euch damals erklärt habe, wie das dann funktioniert. Ja, ich hab das ja auch gesagt. So, Leute, euch ist schon klar, dass dann im Prinzip vier Leute sich gegenseitig schreiben. Nein, zwei. Also drei Leute schreiben sich im Dreieck. Oder so. Ja, gut. Wobei, die einen beiden Seiten vom Dreieck kriegen das ja nicht mit voneinander. Ist egal, wir fangen jetzt hier heute nicht mehr mit Mathe an. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass sich das ergeben hat. Und nochmal ganz lieben Dank an alle, die das aus der Zaufe gehoben haben, aus einer Idee hier aus dem Briefe-Podcast raus und entstanden durch meinen Abschiedssatz, den ich jetzt dann zum Besten gebe. Und das fand ich einfach toll und das wollte ich erwähnen, weil ich das super finde. In diesem Sinne, Leute, ich freue mich schon. Schreibt mal mehr Briefe. Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter toikingesellschaft.de